Von vielen Personen in ihrer Organisation werden sie Leistung erwarten. Leistung in verschiedenster Art und Weise. Ein Beitrag, ein Ergebnis, ein Projekt, ein Ziel, eine Beurteilung, ein Jahresstück, was auch immer. Sie werden ganz viele Definitionen haben, was denn eigentlich Leistung ist. Und die Diskussion entbrennt jetzt gerade wieder, wie wichtig ist eigentlich Leistung, Leistungsmessung, Leistungsbeitrag. Eine sehr diffuse Diskussion, die aber für Organisationen von essentieller Wichtigkeit ist. Wie wichtig ist Leistung? Und da müssen wir mal schauen, bei unserem heutigen Thema, worum es da eigentlich geht. Leistung wird ja bereits sehr früh gemessen. Völlig egal, ob auf freiwilliger Basis. Brettspiele basieren darauf bereits für Kinder. Völlig egal, ob es Spiele draußen oder drinnen sind. Es gibt immer, jemand gewinnt, jemand verliert. Völlig egal, ob Videospiele, Grundschule, Sport. Im gesamten Leben werden wir irgendwie beurteilt. Der Trend hingegen geht tendenziell zu weniger Leistungsmessung. Also wir haben bei gewissen Sportarten keine Messung mehr. Wir haben zum Beispiel jetzt auch im Jugendfußball. Und ich bin ja selber als Schiedsrichter in diesem Sport aktiv involviert. Wir haben jetzt im Jugendfußball die Fälle, wo gesagt wird, in unteren Ligen zum Beispiel, gerade von Jugendlichen in der G-, F- und E-Jugend werden zwar Spiele durchgeführt. Aber am Ende gibt es keine Tabellen. Die Ergebnisse werden genullt. Somit möchte man die Frustration so ein bisschen rausnehmen. Und meiner Ansicht nach hat der DFB vor allen Dingen auch panische Angst vor amerikanischen Sportarten, die rasant an Boden gewinnen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Nullung von Ergebnissen im Jugendfußball und im Sport wird heiß diskutiert. Und derzeit etwas pauschal und nicht immer sehr wissenschaftlich, aber durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen, fragen sich natürlich Leute. Kann es sein, dass die schlechten Ergebnisse, die wir zuletzt im internationalen Vergleich erzielt haben, damit zusammenhängen? Im Fußball, Herren wie Frauenmannschaft, Herren wie Frauenmannschaft sind in der Vorrunde ausgeschieden. Erleichterthilfe gab es keine Medaillen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, was ist der Anspruch, dass Deutschland immer Medaillen gewinnen möchte? Es gibt ja auch andere gute Länder. Bestreitet niemand. Heißt aber auch nicht, dass man selber nicht ganz vorne mit dabei sein soll. Jahrzehntelang war in vielen Sportarten Deutschland führend. Das ist lange vorbei. Spannenderweise übrigens ist die Selbstdarstellung insbesondere von Deutschland international immer noch sehr, sehr spannend. Also ich selber arbeite sehr viel international. Und wenn Leute mir von deutscher Effizienz erzählen, dann würde ich am liebsten meinen letzten Amtsgang aus Deutschland mit einer deutschen Behörde hier mal beschreiben. Aber das muss ich nicht. Sie kennen es selber zu Genüge. Während in anderen Ländern ich auf Volldigitalisierung treffe, sind wir in Deutschland beim Faxgerät. Die Frage hier aber ist zentral für unser Thema. Wie wichtig, sinnvoll oder eben auch unsinnig ist Leistungs-, Leistungsbeurteilung, Leistungsmessung? Und da müssen wir einige Grundsätze im Beginn. Weil für Ihre Organisation ist wichtig, wo wollen Sie sich da aufstellen? Dafür ist eins wichtig und ein paar Grundsätze, die wir am Anfang definieren müssen. Das Grundprinzip von Leistung ist ja immer die viel zitierte Meritokratie. Und Meritokratie, also die Leistungsgesellschaft, die gibt es nicht. Eine Meritokratie ist nur dann gewährleistet, wenn alle Leute am selben Punkt anfangen. Dann kann man sagen, jeder bekommt das, was man sich erarbeitet. Da sie aber alleine als Person völlig unterschiedlich beurteilt werden, je nach zum Beispiel Hautfarbe, selbst Namen spielt sowas eine Rolle, Aussehen, Geschlechtsidentität, Geschlecht natürlich, das volle Programm, man könnte zehn weitere Kriterien nennen. Also die klassische Meritokratie zu sagen, alle Menschen sind halt da und wer sich anstrengt, hat halt ganz viel und wenn nicht, halt ganz wenig. Das ist schlichtweg nicht ableitbar. Das ist wissenschaftlich bereits seit Jahrzehnten belegt, dass diese Form der Meritokratie nicht existiert. Sagen Sie also bitte niemals Sätze wie, wer sich anstrengt, bekommt das, was man haben möchte und dann schafft man auch alles. Das ist Quatsch. Das ist vollkommener Unsinn. Wenn Sie sowas heute noch als Führungskraft sagen, machen Sie sich wirklich lächerlich. Der zweite Punkt in den Grundsätzen ist, Leistung ist schwer messbar. Ich gebe Ihnen mal ein ganz simples Beispiel. Ich sage Ihnen jetzt zwei Berufe und Sie sagen mir, wer leistet mehr für die Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir eine Person, die arbeitet im Investmentbanking. Auf der anderen Seite haben wir eine Pflegekraft. Jetzt könnte man sagen, Pflegekräfte kümmern sich um Menschen. Das ist natürlich zentral. Menschen stehen im Fokus aller Tätigkeiten. Daher ist das Mehrwert. Jetzt könnten aber auch die anderen sagen, das muss ja auch alles finanziert werden. Und die meisten Steuern zahlt die Person, die im Investmentbanking arbeitet. Also wie definieren wir jetzt Leistung? Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Leistung ist sehr schwer definierbar, final. Sie müssen also eine Definition für sich als Organisation finden. Und das dritte ist, jede Skala hat eine gewisse Willkür. Völlig egal, welche Skala Sie anwenden. Es gibt natürlich bessere und schlechtere Skalen, nachweislich nicht funktionierende Skalen. Aber es gibt immer wieder Skalen, die eine gewisse Willkürlichkeit haben. Da müssen Sie nur in die Schulnoten schauen. Sie finden global kein System, wo Menschen sich bei Schulnoten geeinigt haben. In Deutschland haben wir die Noten von 1 bis 6. In anderen Ländern von A bis F. Manchmal haben wir es von 1 bis 5, wobei 5 das Beste ist, 1 das Schlechteste. Da haben wir verschiedenste Punkte, die einfach funktionieren. Mehr oder weniger gut natürlich. Aber eine gewisse Willkür ist den Skalen immer anhaftend. Und die müssen wir auch einräumen. Und jetzt müssen wir gucken, welchen Ansatz können wir fahren. Der Ansatz ist erstmal, Standards müssen klar kommuniziert sein. Es muss sogenannte Erwartungshorizonte in Ihrer Organisation geben. Dazu müssen aber auch die Beurteilungskriterien so objektiv wie möglich sein. Jetzt werden Sie natürlich immer sagen, ja, aber. Und wichtig ist, bei diesen Beurteilungskriterien gibt es ganz gewisse Ausreden, die nenne ich jetzt ganz bewusst auch Ausreden, die nicht genannt werden dürfen. Also wenn Sie solche Sätze sagen wie zum Beispiel, irgendwas ist ja immer subjektiv. Oder wenn Sie sowas sagen wie, Ungerechtigkeit gibt es immer irgendwo, kein System ist vollständig gerecht. Oder Sie sagen schlichtweg, ja, also jetzt alles genau zu beurteilen auf allen Ebenen, das wäre zu aufwendig. Wenn Sie diese Ausreden verwenden, dann tragen Sie selbst Schuld daran, wenn sich Menschen bei Ihnen nicht bewerben, bei Ihnen unzufrieden sind, Ihre Organisation verlassen und auch öffentlich an Ihnen Kritik üben. Sie werden natürlich nicht zu 100 Prozent Objektivität erzeugen können, aber es gibt Methoden, um der Objektivität so nah wie möglich zu kommen. Und die meisten Organisationen sind davon doch ziemlich weit entfernt. Die Reliabilität, also die Verlässlichkeit der Methode und die Validität, dass das Richtige dabei auch rauskommt. Reliabilität, wenn es wiederholt wird, kommt das Gleiche bei raus. Validität, da muss das Richtige bei rauskommen. Wenn Sie bei einer falsch geeichten Waage immer wieder eine Zahl haben, die gleich ist, aber es ist halt die falsche Zahl, das ist auch nicht geholfen. Reliabilität und Validität müssen dabei so hoch wie möglich sein. Ist das übrigens nicht gegeben, können Sie die Methode, und ich sage es jetzt ganz höflich, in die Tonne werfen. Es gibt aber hierbei auch Probleme, die Sie berücksichtigen müssen, denn natürlich sagen viele Organisationen, ja, wir setzen auf das Leistungsprinzip. Und wenn Sie auf den Leistungsansatz setzen, Sie fragen sich ja vielleicht, warum manche Leute gewisse Berufe machen. Im sozialen Bereich zum Beispiel, wo es tendenziell weniger Geld gibt, im öffentlichen Dienst verdienen sie weniger Geld. Manche Menschen haben mehr als die Leistung in Euros im Kopf. Das heißt nicht, dass Geld egal ist, aber es ist nicht das Einzige. Wenn Sie also sagen, Sie sehen sich alleine im Leistungsspektrum, dann stehen Sie im globalen Wettbewerb und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Remote Work haben, stehen Sie im Wettbewerb mit jeder anderen Organisation. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie setzen auf Leistung, dann, und sagen Sie setzen nur auf Leistung, dann haben Sie kein Recht mehr, sich zu beschweren, wenn zum Beispiel skandinavische Länder mehr bezahlen, die USA mehr bezahlen, und einfach Sie vom Tisch wischen als Wettbewerber, weil die halt sagen, wir haben das Geld und Sie nicht. Das ist ja dann das Leistungsprinzip, was Sie angeblich fordern. Also dieses reine Setzen auf Leistung ohne andere Faktoren ist nicht nachhaltig. Deswegen ist wichtig, Leistung ist zu einem gewissen Punkt wichtig. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir sind eine reine Leistungsorganisation, haben Sie vor allen Dingen eins, eine irrsinnige Fluktuation der Belegschaft, weil alle genau wissen, auch wenn ich hier 20 Jahre bin, wenn ich ein mittelmäßiges Jahr habe, bin ich hier raus und darauf haben die meisten Menschen keine Lust. Dazu kommt ein zweites Problem, wenn Sie allgemeingültige Ansprüche erheben, dann sind Sie in der Beweispflicht. Also wenn Sie sagen, bei uns gilt generell XYZ und jeder wird nach objektiven Kriterien beurteilt, dann müssen Sie das am Ende auch belegen, dass das so ist. Das kann durchaus sehr schwierig sein. Wenn Sie jetzt auf andere Faktoren, zwischenmenschliche Faktoren setzen, werden Sie auch im zwischenmenschlichen Bereich Einigungen finden, wo Menschen sagen, das ist nicht 100 Prozent, was ich mir vorstelle, das ist auch nicht ganz belegbar und wir sind noch nicht 100 Prozent einig, aber es ist ein Umfeld, mit dem ich gut leben kann. Deswegen allgemeingültige Ansprüche zu stellen, ist immer ein schwieriges Thema, denn wenn Sie in der Beweispflicht sind, gilt auch hier valide und reliabel, Ihre Meinung alleine oder Sätze wie, da habe ich Erfahrungen gemacht, das reicht nicht. Sie müssen dann ganz klar in belegbaren Zahlen, in belegbaren Daten, in einer belegbaren Art und Weise und wenn gewünscht auch in schriftlicher Form, das entsprechend dann beweisen und das werden Sie als Organisation vermutlich nicht wollen. Der dritte Punkt bei dem Problem hierbei ist, Organisationen sind von Menschen abhängig. Sie können also gesellschaftliche Trends nicht einfach diktatorisch ignorieren. Wenn Sie jetzt sagen, und natürlich ist diese Front sofort aufgekommen von Menschen, die gesagt haben, ja, keiner möchte mehr gemessen werden, alles Weicheier, die ganze Generation verweichlicht und zukünftig werden wir nie wieder irgendwas reißen. Dafür, dass es große Unwägbarkeiten in der Wirtschaft, insbesondere während der Pandemie und danach gab, geht es im deutschsprachigen Raum den meisten Leuten noch ziemlich gut, auch in vielen anderen Erste-Werländern geht es dir noch ziemlich gut. So ganz schlecht scheint es damit also nicht zu laufen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten gesellschaftliche Trends ignorieren, alle tanzen nach Ihrer Pfeife, dann wiederum wundern Sie sich bitte auch nicht, wenn nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen überhaupt noch Interesse hat, mit Ihnen zu sprechen. Das wiederum wird Sie bei der heutigen Talentlage massiv schnell einholen. Fassen wir das Ganze mal so ein bisschen zusammen. Und dazu kommt jetzt auch, und das möchte ich hier klar entsprechend auch labeln, also auch klar als solche kennzeichnen, da kommt jetzt auch meine Meinung dazu. Wir sprechen hier also nicht nur über reine wissenschaftliche Evidenz in dem Teil, der jetzt kommt, da ist meine Meinung auch mit dabei. Der erste Punkt hierbei ist, Umgang mit Enttäuschung ist wichtig. Es ist natürlich nie schön gewesen, auch für mich nicht, wenn man Enttäuschung erlebt hat. Für mich war das damals vor allen Dingen bei sowas wie den Bundesjugendspielen so, wo ich wirklich kein Land gesehen habe. Es gab dann Menschen, die haben Siegerurkunden bekommen und Ehrenurkunden, und ich war das einzige Kind in der Klasse, was keine Urkunde bekommen hat. Das ist nicht der schönste Tag ihres Lebens. Und natürlich gibt es da auch belegbare Evidenzen, dass solche Dinge, wenn also gemessen wird, wo es nicht zwingend notwendig ist, den Leuten einfach den Spaß an der Bewegung, Spaß am Sport auch einfach vergelt, weil sie halt sagen, hat sowieso keinen Sinn, ich kann es nicht, haken wir es ab. Also dennoch ist Umgang mit Enttäuschung wichtig. Sie müssen in der Lage sein, auch mit einer gewissen Ungerechtigkeit, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, Sie haben einen Sport, im Sport treten zwei Parteien gegeneinander an, und Sie verlieren durch eine Schiedsrichterfehlentscheidung im Amateurbereich. Dann müssen Sie auch mit der Enttäuschung umgehen können. Auch das ist eine Stärke, die Sie mit der Zeit entwickeln. Wichtig hierbei, dieses Argument darf nicht missbraucht werden, damit Leuten gesagt wird, Sie müssen mit struktureller Diskriminierung klarkommen, und das Leben ist halt so. Das wird leider allzu häufig dann zweckentfremdet. Das Zweite ist hierbei, die Beurteilung eines Entwicklungsspektrums ist meiner Ansicht nach zielführend, wenn angemessen. Und jetzt wichtig hierbei ist immer, wenn angemessen, da muss immer der Kontext gesehen werden, kommen wir aber erst mal zur Definition des Entwicklungsspektrums. Ein Entwicklungsspektrum heißt immer, wo hat die Person angefangen, wo ist die Person jetzt? Das wird beurteilt. Wenn also Leute durch zum Beispiel Geburtsprivilegien Vorteile haben, fängt man auch da an zu messen und schaut die Entwicklung von dort an. Und dann sagen Leute auf einmal, ja, das ist doch unfair, kann ich dafür, wenn ich privilegiert geboren wurde. Naja, spannenderweise hat man sich aber auch davor nicht darüber beschwert, dass man alle Vorteile mitgenommen hat. Dann muss man auch mit ein paar und sehr wenigen Nachteilen im Nachgang dann leben. Immer schauen, wo steht jemand, wohin hat sich jemand entwickelt. Aber wichtig ist der Kontext, wenn angemessen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn jemand an einer Zahnarzthochschule, an einem Dummy, also einer Lehrpuppe, einen Fehler macht, aber in der Entwicklung war die simulierte Behandlung besser. Dann würde man sagen, hey, das war immer noch falsch. Aber Sie machen klare Fortschritte in der Zahnbehandlung. Ein Entwicklungsspektrum, das genauso beurteilt werden darf. Das Gleiche wäre im Kontext von realen Patienten in einer Zahnarztpraxis überhaupt nicht angemessen. Wenn man sagen würde, na ja, Sie haben normalerweise zehn Patienten pro Tag körperlich verletzt. Heute waren es nur acht. Klasse. Das ist nicht der Weg, der gegangen werden soll. Deswegen wichtig, es gibt gewisse Dinge, wo ein Entwicklungsspektrum nicht zielführend ist. Wenn wir in Deutschland einen Wirtschaftsminister haben, der Sätze von sich gibt, wie die Firmen haben nicht aufgehört, die Firmen sind nicht insolvent, die Firmen haben nur aufgehört zu produzieren. Dann ist man auf einem Posten und man einfach nicht hingehört. Das sind nicht mehr Räume, wo Entwicklungsspektren mit großem Applaus belohnt werden. Wenn Sie im Bereich der Exzellenz arbeiten, eine hohe Verantwortung tragen, dann müssen Sie dort abliefern und das auch klar messbar. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus einer Organisation, wenn Sie im Vertrieb sind und Sie machen am Anfang gar keine Umsätze und nach einem Jahr machen Sie statt gar keine sehr wenige, wird das nicht reichen, weil Sie eingestellt wurden dafür, dass Sie Umsätze und Erträge erwirtschaften. Wenn dann Leute sagen, ich versuche aber alles Mögliche und ich schaffe es nicht, dann reicht das leider in vielen Fällen auch nicht. Ich gebe Ihnen mal ein simples Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie stellen eine Reinigungskraft bei sich zu Hause ein und Sie kommen nach Hause, alles ist noch schmutzig und die Person sagt, ja, aber ich versuche mein Möglichstes. Es ist weniger dreckig als letzte Woche. Dann werden Sie auch sagen, tut mir leid, ich erwarte, dass hier geliefert wird. Deswegen wichtig, Entwicklungsspektren immer im Kontext sehen. Es gibt hier kein pauschales richtig oder falsch. Ein Entwicklungsspektrum ist zielführend, damit Ungerechtigkeiten, Privilegien, aber genauso wie Nachteile ausgeräumt werden. Aber im Kontext muss immer gesehen werden, manche Fehler kann man nicht rechtfertigen, indem man sagt, war ein Entwicklungsspektrum. Da gilt immer die Position, Erfahrungsstufe, Situativität, die hierbei berücksichtigt werden muss. Am Ende ist meiner Ansicht nach eine Leistungsdefinition wichtig, zwischenmenschlich ist aber ebenso. Deswegen sollten Sie immer dieses Drei-Drittel-Prinzip anwenden, meiner Ansicht nach. Das erste Drittel sind die Mitarbeitenden. Was haben die Mitarbeitenden davon, dass sie bei ihnen arbeiten, dass sie bei ihnen tätig sind? Was ist für die Mitarbeitenden drin? Das zweite Drittel ist die Organisation. Was hat die Organisation davon, wenn diese Tätigkeit vorgenommen wird? Was bleibt für die Organisation hängen, wenn sie dort entsprechend diese Tätigkeit vornimmt? Das dritte ist der Faktor Risk-Return und eben auch die Main-Stakeholder, also die Hauptanteilseigner. Wenn Sie halt zum Beispiel eine Organisation betreiben, Sie sind in der Inhaberschaft, Sie haben das eigene Risiko genommen, was ist für Sie drin? Denn dafür betreiben Sie das Ganze ja auch. Sie nehmen das Risiko auf sich und weil Sie das Risiko tragen, haben Sie auch ein Recht, am Ende mehr zu erhalten. Es kann auch sein, dass die Haupt-Stakeholder, also die Hauptanteilseigner, die Gesellschaft sind. Wenn Sie ein Krankenhaus haben, haben alle, die dort wohnen, in diesem Einzugsgebiet ein Interesse, dass das Krankenhaus funktional ist, weil jeder weiß, im Fall der Fälle möchte ich nicht dort ankommen und die sagen, ach ja, wissen Sie, Blutplasma haben wir jetzt erst mal zwei Wochen gar nicht da. Das heißt also, diese drei Drittel zu beurteilen, Mitarbeitende, Organisation, also Mitarbeitende als erstes, Organisation als zweites und dann Risk-Return, Main-Stakeholder, Hauptanteilseigner als drittes Drittel. Damit sind Sie hier gut aufgestellt und dann können Sie bei sich entscheiden, wo möchten Sie Ihre Organisation im Hinblick auf Leistung, Leistungsspektrum und Leistungsbeurteilung entsprechend positionieren. Dazu gibt es logischerweise auch noch mehr. Erst mal vielen Dank fürs Zuhören. Das waren schon wieder sehr spannende Diskussionen, die wir die letzten Wochen hatten und Diskussionen auf das Thema jetzt gerade, das ist genau der Punkt. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, da habe ich ein paar Punkte zu, schreiben Sie mir gerne. Eine E-Mail, nb-networks.com. Ich habe die E-Mail-Adresse auch in den Shownotes nochmal erwähnt von dem Podcast. Schreiben Sie mir gerne jederzeit und dann können wir diskutieren. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir brauchen was ganz Spezifisches, unsere Führungskräfte müssen gecoacht werden oder ein Seminar, Vorträge, was auch immer, dann geben Sie Bescheid, können wir auch gerne machen. Wir können aber auch einfach Ihre Punkte diskutieren, die Sie haben. Kostet Sie keinen Cent. Nb at nb-networks.com. Vielen Dank für die sehr wertschätzenden Diskussionen der letzten Woche. Jederzeit gerne wieder. Das Zweite, was ich immer empfehle, melden Sie sich an beim Leadership Letter, denn hier haben Sie nicht nur den Vorteil, dass Sie ohne Bezahlung, also ohne Berechnung, freien Zugang zu allem bekommen, was ich entsprechend publiziere. Sie bekommen auch die Möglichkeit, an Live-Sessions teilzunehmen. Wir hatten da jetzt eine spannende Diskussion über Führungsaspekte, gerade letzten Freitag. Da hatten wir eine dieser Sessions und diese Q&As, die wir da haben, die Diskussion, wann die stattfinden und wo, wird nur über den Leadership Letter bekannt gegeben und für die Lesenden ist entsprechend auch ohne Berechnung der Zugang dort frei möglich. Gehen Sie einmal auf expert.nb-networks.com. Da können Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen. Dann sind Sie da bereits auf der sicheren Seite. Ich habe auch nochmal unten entsprechend in den Shownotes des Podcasts den Link auch dort erwähnt. Und der dritte Faktor ist der wichtigste, nämlich anwenden, anwenden, anwenden von dem, was Sie gehört haben. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie gehört haben, werden Sie die positiven Veränderungen in Ihrer Organisation sehen, die Sie gerne haben möchten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Stehe für Hilfe, jede Seite gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich gerne jederzeit. Und ansonsten bleibt mir zum Schluss des Podcasts hier nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.